So Freunde, da sind wir zurück bei Let's Play Starfield. Wir sprechen jetzt mit Commander Ikande, so wie das eigentlich letzte Folge geplant war. Aber da waren wir schon über der Zeit. So mein Lieber. Ich will aussteigen. Ich dachte, ihr überwacht mich ununterbrochen. Warum bist du so überrascht mich zu sehen? Ich habe die Crimson Fleet infiltriert. Der Plan wird funktionieren. Ähm, woher wusstest du, dass du Delgado täuschen kannst? Der Plan ist schon klar. Delgado ist ein charismatischer Lieder. Aber ein bisschen kalt auf Verwaltung. Das ist, warum du auf seiner guten Seite bleiben willst. Und weg von Neva. Sie ist schrubig. Und sie hat alles, was wir weggebracht haben. Okay. Delgado sucht ein Geldbankschiff namens Legacy, das mit einem Vermögen an Bord verschollen ist. Wie ist das? Warum ist das so familiar? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal, Delgado hat mir eigentlich located Krixis' Legacy? Entschuldigung, Commander. Warte mal, hast du gesagt, Krixis' Legacy? Please tell me you aren't seriously going to give that any cretins. Everyone knows that's just a, I don't know, a myth. I'm holding tangible confirmation of the word legacy attached to Krixis' name. That's too much of a coincidence to attribute to myth. I suppose it's possible, sir. Intelligence picked up a bit of chatter on that subject recently. We assumed it was some sort of tall tale or a story to attract recruits to their cause. Ähm, Märchen oder nicht? Delgado glaubt da dran. Well, let's find out if Delgado is chasing ghosts or he's smarter than we suspect. Let me see what we have here. Nope. There are no records of a Galbank transport name the Legacy in the database. I think Delgado is trying to manipulate you. What do you think, sir? I think there's no record because Galbank is hiding, sir. Ja, das hat er nämlich auch gesagt. Delgado is no fool. If he reached his own neck to get that information, he must be on to something. We have to take this seriously. What's your next move? Ähm. Woher wisst ihr, dass Delgado mit uns geschlossen war? Äh, warum glaubst du, dass die Galbank was versteckt? Ja, stimmt. Äh, ich soll auf einen Starliner gehen, um einen Zugangspass zum Galbank Archive zu stehlen. Ähm. 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 Woher weißt du, dass Jasper Krix die Legacy nie gefunden hat? Also, the Crimson Fleet would be a totally different adversary, and Krix wouldn't have disappeared years ago. Even if they hit the money with that damn human computer shinny of us, our forensic accounting people would have found that data. No. The Crimson Fleet are in dire shape right now. They haven't seen that much currency. Well, ever. Okay. Dann mach ich weiter wie geplant. If the Crimson Fleet gets its hands on a transport full of currency, it would be disastrous for the settled systems. I need you to do whatever you can to bring us more information. And for God's sake, don't kill anyone on that Starliner. You're both dismissed. Alles klar. Wir sind kurz davor, ähm. Ich bin kurz davor, das Traumhaus abbezahlen zu können, ladies and gentlemen. Das freut mich. Okay. Dann wollen wir mal gucken, dass wir auf den Starliner kommen. Müssen wir mal gucken, wo müssen wir denn da überhaupt hin? Wo müssen wir denn dafür überhaupt hin? Nach Olympus? Ne, nach Arane müssen. Alles klar. Und ran da auf den Meter. Okay. Graf Sprung geht los. Let's go. Ich bin sehr gespannt, wie uns Mathis noch auf den Sack gehen wir. Oh, 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 oh. Einmal andocken. Da wäre ich das Ding fast gerammt, ey. Wahnsinn. We have a clean door, right on the money. Äh. Okay. Boah, ich glaube. diese waffe ist exakt was wir hier brauchen werden eine waffe die niemanden tötet glaube das ist genau das was wir hier gebrauchen können die werde ich mitnehmen dann wir lassen unsere waffen erst mal stecken so kohäle so kohäle so kohäle so kohäle die ja jetzt die die Wir haben eine große Schuhe von uns. Delgado... ...müssen wir, um dich zu helfen. Wir können auf die Telepüren durch Schiffs... Erstens eine Tour, ...seitend von einem formalen Mittagessen ...at der Kapitänstabel. Wir müssen etwas durchführen. Du bist hier für ein Business, ... nicht für eine Vakation. Also, wir beginnen, ... über Delgado's Sudden-Olef-Branch. Also, ich befolge ehrlich gesagt auch nur Befehle. Aber warum befolgst du noch die Befehle, ... wenn du nicht mehr zur Fleet gehörst? Ja, stimmt wohl. Ähm, ja. Ich befolge auch nur Befehle, ne? Ja, ich sollte so etwas sagen. Nur noch einer von Delgado's... ...loyalten little Soldaten, hm? Fine. Geht's dir weg. Also, Niva's Message sagte, ... dass du hier für Dombrowski wärst. Ist das alles, was sie hier zu tun hat? Ist das alles, was sie hier zu tun hat? Ja. Warte mal. Warum fragst du Niva nicht selber? Nicht mit mir spielen. Wir wissen beide, ... ein Messer zurück und zurück, ... dass die Schlage ... wird länger dauern, ... als wir diesen Job haben. Wir sollten zusammenarbeiten ... auf jeden Teil davon. Also, ... sagst du mir, ... was anderes du hier bist, oder nicht? Äh, ne, das ist tatsächlich ... der einzige Grund, ... warum ich hier bin. Okay. So, warum hast du ... ... eine Goldbank exek. Oh, du stellst zu viele Fragen, Junge. Warum der Interesse? Was meinst du? Merchant-Vessels-Transport-Supply-Gonbois, ... Mining-Settlements, ... du bekommst das Bild. Aber, ... ein Megacorp, ... ist das wirklich große Problem. Was, was die ... Krimsenfleet ... hat in der Vergangenheit Es klingt mir, ... wie, ... Delgado ist entweder ... zuverschneiden, ... oder das führt ... zu einem ... größeren Schatz ... nach dem Weg. Ähm, ... der will den Zugangspass. ... seine Kredenzen. Also, du hast den ... Galbank-Bank-Brand in Neu Atlantis. Ein schöner Schatz, sehr lukrativer und ... sehr gefährlich. Wenn du nach einer ... Goldmine, ... wie so, ... will ich ... für den Weg kommen, ... oder du ... nicht näher ... Dombrowski. Ja, auf jeden Fall. Bin auch der Meinung. Äh, ... ja, ... dann erzähl. Also glaubst du wirklich, ... ich kann sowas versprechen? Jaja, ... Ich wollte grad sagen, er ist nicht in der Position, Verhandlungen zu tätigen. Was ist ein Fulltimer? Kannst du mir was näheres über die Gala sagen? Ja gut, aber so wie ich das verstanden habe, ist der Erde ja sowieso nicht mehr zu helfen. Da gab es ja den ein oder anderen... Okay, ich hab aber nichts dabei. Und was für schmutzigen Geheimnissen reden wir denn hier? Okay, solange es kostenlosen alles gibt. Okay. Ah, warte mal. Äh, was war es mit der Gesellschaft? Die Gesellschaft will ihn ja nicht töten. Mhm. Äh, weißt du genau was über den Erdenretterpreis? Äh, ich bin nur wegen der Zukunft passiert. Ähm... Ohne sie kommst du auch nie wieder zurück in die Fleet. Ja, das ist okay. 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 Nee, Larry Dombrowski wollen wir nicht töten. Zumindest erstmal nicht. Achso. Okay, nevermind. Okay. Äh, ja, da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Mal gucken, wo müssen wir denn überhaupt hin? Also was haben wir denn da? Sprich... Mit Sheila über den Preis, oder...? Okay, also wir haben jetzt die Möglichkeit in den Sternensaal zu gehen. Ich würde aber gerne erstmal... Und wie komme ich denn da hoch? Ich würde tatsächlich erstmal versuchen anzufangen mit dem Preis. Das ist auch noch eine Tür, aber das sind auch nur Quartiere. Äh, gehen wir erstmal in den Sternensaal. Vielleicht kommen wir vom Sternensaal aus da hoch. Gucken wir mal. Dürfte ich, bitte? Okay. Das ist aber schön hier. Wann findet diese Preisverleihung denn statt? Wahrscheinlich in ein paar Tagen. Ich will nicht, dass die Preisverleihung tatsächlich entsteht, bis wir sicherlich in Orbit auf unserer Destination sind. Natürlich, wenn ich weiterhelfen werde, wird die Zeremonie nie stattfinden. Ach ja, halt die Fresse. Ist nicht riskant, das hier abzuhalten? Äh, ich habe gehört, du hast die Verantwortung für den Erdenreiterpreis. Hm, okay. Ach, einfach nur aus Interesse. Wollte herausfinden, wer dieses Jahr gewonnen hat. Okay. Okay. Alter, das sieht ja hier richtig schön aus. Wahnsinn, ey. Was ist das denn für ein cooles Schiff, bitte? Alter. Äh, aber ich finde es ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Und ich meine, wenn man doch das Geld dafür hat. Warum denn nicht? Äh. Was hier ist ein Expertenschloss? Wohlbrook Shielda. Passenger Profil. Wohlbrook Shielda. Einzelfahrt, Einzel-Tours, Aufenthaltstyp deluxe. Spezielle Anweisungen. Alle Anfragen zur Gesellschaft zum Erhalt der Erde oder Erdenreiterpreise an Wohlbrook richten. Kein Zugang ohne gültigen Zugangspass. Das ist so schwierig. Hm. Ja. wir werden da wahrscheinlich nicht so einfach reinkommen. Also wir hätten Oh, guck mal, hier ist Dombrovski. Kein Zugang ohne gültigen Zugangspass. Okay, also wir könnten, wenn wir Expertenschlösser knacken könnten, könnten wir... Wie weit ist denn das nächste Level? Level 23 dauert noch ein bisschen, ne? Ei, 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 ei. Er ist natürlich ungünstig. Wir schon wieder keine Schlösser knacken können. Natürlich äußerst ungünstig. Oh, hello. Äh... Was genau macht eine leitende... Genau. Ähm, ich würde mir gerne den Erdenretterpreis ansehen. Äh, nein, danke, alles gut. Was hältst du denn von Käpt'n Rokov? Äh, wenn da irgendwas mit Rokov ist, würde ich das echt gern wissen. Ähm, ich brauche Informationen. Äh, ich würde sagen, ich würde wirklich... Am Ende... Oh, lol. Äh, okay. Äh, sowas habe ich keine Zeit... Dammit! Hahaha, scheiße. Ja, 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 okay. Lass mich da hin... Ja, komm. Ja, komm. Ja, dürfte ich da durch, bitte? Hallo? Geh doch mal beiseite. Sag mal. Hallo. Geht doch, dankeschön. Irgendwann muss die ja mal da weggehen, oder? Tja. Erhalte den IR-Pass-Apoll-ID. Okay. Ja, du stehst da und Tipps auf dem PDA rum, jetzt halt die Fräse. Entschuldigung? Und warum in der Gehäuseinahe würde ich etwas wie schuldig als das machen? Äh, genau. Und warum in der Gehäuseinahe würde ich möglicherweise auf diese schuldige Demand reagieren? Come on! Dammit! Ich habe das doch zweimal gespielt, also ich mache das Auto überzeugen hier. Äh, aber ich habe doch Auto überzeugen gemacht. Lol? Ja, ja, du kriegst deinen Anteil. Äh, der Preis im Büro der Börsülerin, aber ich brauche die Abhol-ID. Wie der Börsülerin hat dir wahrscheinlich gesagt, ist es, weil das System komplett automatisiert ist. Die einzige, die du den Award bekommst, ist, indem du die Sheilas Klaim-ID benutzt hast. Aber sie wird nicht nur die Abhol-ID schlagen. Hier, gib ihr das. Ich bin sicher, dass es hilft. Und wenn du denkst, dass du den Trigger auf die poor Miss Hobrook-ID schlägst, erinnern, dass irgendein Gehäuseinahe der Schiff-Alarm-ID schlägt. Geh zu etwas, was sinnvoller ist, okay? Hm. Das haben wir ja schon. Genau, wenn du ihn mir nicht gibst, erzähle ich allen von deinem kleinen Geldversteck auf Paradiso. Dankeschön. Es wäre wahrscheinlich auch sehr viel einfacher gewesen, wenn ich ihre Zelle hätte knacken können. Ihre Zelle, ihre Kabine, wenn ich die hätte knacken können. So, meine Liebe, ich habe den, äh... Kann ich da einfach rein jetzt? Ach, Laber. Okay, aber kann ich hier mit schallgedämpften Waffen rumballern, oder... I don't know, ich will hier eigentlich gar nicht rumballern. Ich will eigentlich die Credits und den Erdenretterpreis für dich haben. So. Äh, genau. Befrage die Gäste der Gesellschaft. Das werden wir jetzt als nächstes mal machen. Ich will den halt nicht töten, ne? Ehrlich nicht. Ich will den nicht killen. Der soll ja zum Leben sein. Lege. So. Gut, dann wollen wir mal hier mit den Leuten reden. Wen haben wir denn da so? Wer bist du denn? Äh, was kannst du mir über die Gesellschaft sagen? Die Gäste von Carl S.A. Worthington, ein prominenter Geschäftsführer aus Neu Atlantis. Okay. Ähm, hast du irgendwas? Ja, er ist ein Typ der Top-Dog hier an Galbeck. Ich habe gehört, er hat jemanden verwendet, der einen falschen Lohn-Scan verwendet hat. Aha, weißt du irgendwas? Nein. Okay, er weiß immer nur... Also, Kreditbetrug? Okay. Okay. Hm, ein öppener Barb? Larry likes to drop overly complex words into conversations. I'm sure he knows that it annoys people, but he does it anywhere. Okay. I've already told you everything. Also, er ist nervig, Kreditbetrug, okay. Alter, ich will mit dir reden, Oma. Quite a lovely starliner. Nothing but the bed. Let's put it this way. He screwed over so many people. If he suddenly disappeared from the universe, I don't think anyone would miss him. Okay. Er hat viele Leute übers Ohr gehauen. Wer bist denn du? Also, er ist nicht gut zu Frauen. Was ist hier drin? Ah, irgendeine Abstellkammer. Ah, Technik-Deck. Okay, da wollen wir nicht hin. Ähm... Was war jetzt du denn so? Okay. Ja, ja, deine Mutter. Aha. Das ist doch tatsächlich mal interessant. Aber sonst noch irgendwelche Infos, die wir sammeln können? Okay, die sagen jetzt alle das Gleiche. Dann reden wir mal mit dieser Claudia. Claudia. Ja, ich glaube nicht, dass das gut ist, was du da tust. Wie komme ich denn zu dir hin, Claudia? Ich muss gerne... Ah, hier. Meine liebe Claudia. Oh, werde ich die jetzt in Flagranti erwischen? Liebe, liebe Claudia. So geht's ja nicht. Oh, nö. Ist doch nichts dabei, ne? Absolut nicht. Vielleicht soll ich lieber mit Dombrowskis Frau darüber reden, ne? Na, ich muss ja zugeben, du bist jetzt nicht ganz hässlich, ne? Ähm... Ich brauche Belastendes über Dombrowski. Die Crimson Fleet will Informationen haben. Ach, komm on! Ich hab doch geskillt, dass ich besser überzeugen kann. Dicke, jetzt ohne Scheiß. Das regt mich ja totes auf. Jetzt kann ich's ja schon gar nicht mehr schaffen. Dicke, drei von drei Versuche verkackt? Ja, komm hier. Ja. Ja, komm hier. Okay, du bist ja wütender als ich dachte. Oh, angry isn't even the right word. The plan was solid. Larry got together with myself and this other guy. Gabriel Vera. He's some big wakeover at UC Security. I doctored the transactions. Larry wiped them off the system. And Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming Gelbank for months. It was going well until I discovered Larry was cheating everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. Wenn du dich rächen willst, gib mir Beweise. Was genau läuft da zwischen dir? Naja, ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu verurteilen. Ja, ich bin nicht hier. Wir wollen uns nur erklären, was du hast mitgebracht, damit wir helfen können. Es ist egal, ob du mich hier zu verurteilen oder nicht, denn es gibt nichts zu verurteilen. Dombrowski ist ein Stück von menschlichen Schrauben. Er würde dich in die Brücke für schrauben, dann würde dich wiederholen, um zu verurteilen. Ja, alles gut. Ich will gar nicht wissen, was du zu Dombrowskis Plan beigetragen hast. Dann reden wir doch mal mit diesem Vera. Ah, grüße dich, mein Lieber. Nicht direkt, ne? Eigentlich bin ich geschäftlich hier. Oh, da wäre ich an deiner Stelle. Echt? Da sagt mir Claudia Swiss, aber was anderes, ne? Claudia hat dich verraten, oder? Schau, Freund. Ich weiß nicht, ob du nur ein bisschen drunter bist. Vielleicht ein bisschen verrückt. Oder beide. Was, was du denkst, was du über mich kennst. Du bist tot falsch. Also zurück. Du bist ein Liar und ein absoluter Unfall für die Vereinigten Kolonien. Bilder, Sarah. Du scheinst nicht sehr besorgt, dass Claudia dich verraten hat. Warum sollte ich mich verraten? Alles, was du versuchen, zu informieren, wird auf deinem Wort gegen meine. Und seit ich für UC Sicherheit arbeite, was glaubst du, die Leute glauben? Okay, jetzt geht's wieder ab zum Rohkopf. Hallo, mein Bester. Ähm. Könnte er mich wirklich verhaften lassen? Oh, absolut. Hm. Sollen wir warten? Vielleicht. Aber wenn etwas falsch geht, und er kann einen Alarm aufzunehmen, wir sind gesunken. Mit all diesen wehltigen Patronen an Bord. Das Schiff ist mit Sicherheit. Einen Notfallzustand auf dem Schiff könnte klauen, ne? Okay. Ähm. Aber sehr riskant, das abzuschalten, oder? Alles klar. Alles klar. Das Schiff. Das Schiff. Das Schiff. Das Schiff. Das Schiff. Takin. Ich lebe, dass du das als letzten Resort verwendest. Aber hey. Was ist das Schade, zu verlieren, wenn ich auf der plenste mit der Flucht dann reinkomme? Okay. dann werden wir das mal machen und das werden wir allerdings erst in der nächsten folge machen wenn es wieder heißt let's play starfield also bis zum nächsten mal haut rein